Herzlich Willkommen bei 21.BauTV. Die Stelle, die wir letztens mit Markierungen beobachtet haben, wird jetzt bald durchgeschnitten. Zwei Sägeblätter sind bereit, rechts und links im Bild. Im Hintergrund die Säge. Vielleicht ist es auch schon durchgeschnitten. Das kann ich von hier nicht beurteilen. Das macht aber auch nichts. Jedenfalls geht dem BA23 an den Kragen. So gesehen, die Sägeblätter sind bereit, die sich immer wieder ab und Doesnklappen zu geben. Vögel sind hier schon mit den Kragen. Sie werden mit dem Körpersen und Körperspielen machen. Ich bin immer noch mit dem Körperspielen. Rugby von Körperspielen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Vielen Dank. Also die Absperrung zeigt eindeutig, dass die Arbeiten jetzt erstmal abgeschlossen sind. Das nächste, was dann kommen wird, ist die Beckenplatte auffräsen. Hier kommt die nächste Ladung für BA19 und im Hintergrund sehen wir den Anschluss für den Stadtbahntunnel Hauptbahnhof. Das ist die Beckenplatte. 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 Und die Beckenplatte. Dann nehme ich zurück. Das ist die Beckenplatte. Das ist die Beckenplatte, die Beckenplatte, die Beckenplatte und die Beckenplatte, die Beckenplatte in der Näsenbach. Und zum Schluss nochmals ein Zoom auf K5. Wir sehen, die Schalung ist komplett entfernt worden, also die von der Hutze. Oh, das liegende Scheißhaus ist mir jetzt rausgerutscht. Wo ist die Hutze? Das liegende Scheißhaus ist mir jetzt rausgerutscht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.